Halbzeit, nicht Halbzeitpause, sondern im Gegenteil, Halbzeit und Höhepunkt im Markus-Evangelium. Wir befinden uns genau in der Mitte unserer Gesprächsrunde über dieses kürzeste Evangelium, den ersten Bericht der Christenheit. Wir haben sechs Gesprächsrunden gehabt, wir werden auch noch sechs weitere haben und heute sind wir an einem Punkt im Evangelium, wo sich etwas ganz, ganz Entscheidendes verändert. Darüber möchte ich gerne mit meinen Gesprächsgästen hier nachdenken. Zu meiner Linken sitzen Josef und Luise, zu meiner Rechten Thomas. Ich freue mich, dass ihr da seid, freue mich auf unser Gespräch und möchte am Anfang Gott einladen, dass er uns führt bei dem, was wir gemeinsam bereden. Ja, lieber Vater im Himmel, danke einfach, dass wir uns mit dem Markus-Evangelium beschäftigen dürfen. Ja, es ist ein Evangelium, wo es Schlag auf Schlag geht, ja, ein Action-Evangelium und hilf uns einfach, dass wir es richtig verstehen und dann auch anwenden auf unser Leben und dass wir vor allem dich sehen und die Art und Weise, wie du auch den Vater offenbarst. Danke, dass du uns jetzt durch deinen Heiligen Geist führen wirst bei dem, was wir besprechen. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, bevor wir den Text lesen und einsteigen, habe ich noch so eine Frage an euch. Und zwar, wie versucht ihr denn zu vermeiden, dass ihr etwas gerade in der Überzeugung, den vollen Durchblick zu haben, falsch versteht? Das ist ja schon fast ein Widerspruch in sich. Wenn man fest davon überzeugt ist, besteht immer die Gefahr, dass man sich dieser Gefahr eben nicht bewusst ist. Sonst wäre man ja nicht fest davon überzeugt. Also du würdest meinen, immer so ein bisschen Selbstzweifel, Kritik ist eigentlich etwas ganz Gutes. Das ist etwas Gutes, aber das ist schwierig in der Situation, wo man denkt, da habe ich jetzt einen Punkt, da kenne ich mich sehr gut aus und da weiß ich Bescheid. Ich versuche mir auch bewusst zu machen, dass andere mit einer gegenteiligen Überzeugung genauso überzeugt sind oft und irgendwer muss dann falsch liegen und das kann auch ich sein. Auch zum Beispiel zu verstehen, wie kommen andere zu einer anderen Überzeugung, dass man immer auch offen bleibt dafür, dass man sich irren könnte. Ja, genau. Oder beide Seiten auch. Das kann ja auch sein, dass es dann irgendwo doch woanders liegt. Ja, natürlich. Und das Beste ist wahrscheinlich eher mal nachzufragen. Weil wenn man jetzt von seiner Sache überzeugt ist und dann merkt der andere, kann da nicht mit hinterherkommen, dann vielleicht mal nachfragen, wie er das sieht oder einfach ins Gespräch kommen. Weil sonst entsteht vielleicht ein Konflikt, aber man möchte ja gerne auch mal was weitergeben, dem anderen auch helfen vielleicht, zu verstehen, warum man das jetzt so sieht und davon überzeugt ist. Und geht man auf Konfrontation und gewinnt den anderen nicht, dann ist es umsonst. Ja. Also wenn wir die Geschichten hier von Jesus im Markus-Evangelium lesen, dann gewinnen wir den Eindruck, dass Jesus versucht hat, das Denken, das Weltbild oder Paradigma der Menschen um ihn herum zu prägen und zu verändern. Und es ist schwierig. Es gestaltet sich wirklich schwierig, weil sie so fest davon überzeugt sind, dass sie richtig liegen. Und wir wollen da jetzt heute mal in den Text einsteigen. Wir befinden uns ja im Kapitel 8 heute. Und ich würde sagen, wir lesen das, ja jeder liest so einige Verse, ab Vers 22 bis Vers 38. Und dann lesen wir einfach mal den Rest des Kapitels 8 im Markus-Evangelium. Ich fange mal an. Gerne. Und Jesus kommt nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wieder hergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemandem im Dorf sagen. Jesus ging fort mit seinen Jüngern und in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten ihm, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Einige sagen, du seist Elia. Andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er gebot ihnen, dass sie niemandem von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Dann nahm Petrus ihm beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und er mahnte dem Petrus ernstlich und sprach, Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, Wer mir nachkommen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Ich danke euch fürs Lesen. Bei mir in der Lutherbibel, in der Lutherausgabe, sind unter den Überschriften immer die Paralleltexte angegeben aus Matthäus, Lukas und Johannes. Und da Markus ja das kürzeste Evangelium ist, gibt es in Markus gar nicht so viel Material, was nur bei Markus berichtet wird. Aber spannenderweise, diese Geschichte hier, Heilung eines Blinden in Vers 22 bis 26 beschrieben, die findet sich tatsächlich nur bei Markus. Und das ist tatsächlich eine sehr seltsame Geschichte. Jesus heilt in zwei Etappen. Warum das? Hat Jesus einen schlechten Tag gehabt? Dass es nicht so gut geklappt hat wie sonst? Oder wie ist das zu verstehen? Also manches liegt ja hier in der Geschichte selber. Wenn uns da berichtet wird, dass sie, also offensichtlich die Menschenmenge, den Blinden zu Jesus bringen. Und dann wird auch noch der Ort erwähnt, Bizaida. Das ist für uns ja so ein Hinweis, dass Jesus, wo er da schon mal war, zuletzt wurde er da weggeschickt. Weil da ja auch einiges passiert ist mit diesen Schweinen, die da in den Abhang runter sind und dort eigentlich vernichtet wurden, mehr oder weniger. Jetzt kommt er wieder zurück in dieses Gebiet. und da wird jemand zu ihm gebracht. Und man hat fast so den Eindruck, die wollen jetzt mal eine Show sehen. Die wollen mal sehen, dass ein Wunder passiert. Aber der Eindruck ist so ein bisschen, will der Blinde das überhaupt selber? Weil Jesus nimmt ihn dann an die Hand und führt ihn hinaus. Und da wird hier sehr viel, ich sag mal so, Empathie auch beschrieben, wie Jesus auf diesen Blinden eingeht. Also er führt ihn weg aus dem Dorf. Und sagt ja dann auch am Schluss, dass er nicht zurückgehen soll in das Dorf. Das ist ja spannend. Also er möchte praktisch, dass das so eine ganz private und individuelle Begegnung dann wird oder auch bleibt. Manchmal hilft es auch, um zu verstehen, wenn man schaut, was der Zusammenhang ist. Denn Markus hat das sicherlich auch bewusst so angeordnet. Und wir haben es ja auch im Zusammenhang gelesen, dass Petrus dann diese besondere Erkenntnis macht. Du bist der Christus. Was ja auch eine Art von Sehen ist. Und manche sehen da vielleicht auch einen Zusammenhang, dass man sagt, okay, vielleicht hat Jesus hier bewusst das in zwei Etappen gemacht, um zu zeigen, dass Sehen auch graduell wachsen kann. Dass man vielleicht das ein oder andere schon erkennt. Aber wir wissen, dass Petrus in vielerlei Hinsicht noch blind war. Auch wenn er diese erste Erkenntnis für sich hatte, musste er noch mehr Sehvermögen gewinnen mit der Zeit. Und vielleicht ist es deshalb auch so nacheinander, diese beiden Geschichten. Ich meine, vor allem bloß wenige Verse, nachdem er sagt, du bist der Christus, nimmt er ja Jesus zur Seite und will ihn gerade davon abhalten, den Dienst zu tun, den Auftrag zu erfüllen, für den er in die Welt gekommen ist. Und ich meine, die Worte Jesu, die sind ja relativ deutlich, dass es nicht in seinem Sinne ist, das, was Petrus davor schlägt. Und das ist auch so, wie du sagst. Petrus hat erkannt, Jesus ist dieser Messias, auf den das Volk seit Jahrtausenden wartet. Und doch erkennt er nicht, was wirklich seine Aufgabe und sein Dienst ist. Er ist auch noch darin gefangen, der Messias kommt, um die Römer zu vertreiben. Und nicht uns aus den Fängen der Sünde zu befreien. Und dann auch in so eine Selbstverleugnung und Kreuz auf sich nehmen und so weiter. Das ist ja auch noch etwas, was sie noch nicht sehen konnten. Das steht noch nicht in ihrem Bild, also das kommt noch nicht vor. Also es ist spannend so hier. Ich meine, wir haben ja schon in Kapitel 1 gehabt, dass die Dämonen oder Menschen, die von Dämonen besessen waren, gesagt haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber hier ist tatsächlich das erste Mal, dass ein Mensch, der nicht von Dämonen besessen wird, im Markus Evangelium wirklich ganz klar sagt, du bist der Christus, der Gesalbte, der, auf den wir warten, der kommen soll. Das erste Mal. Jesus arbeitet ständig darauf hin, dass die Menschen erkennen, wer er ist. Und jetzt eben, als das endlich mal gefallen ist, da hat man das Gefühl, Jesus richtet seinen Blick ganz schnurstracks dem Kreuz. Sofort, jetzt kommt die erste Ankündigung seiner Leiden, seiner Auferstehung. Kommt dreimal und dann kommt schon der Einzug nach Jerusalem in Kapitel 11. Also das ist ganz, ganz spannend. Das kommt sehr, sehr dicht aufeinander hier an dieser Stelle. Das heißt, jetzt, wo mein Gefallen ist, wer ich bin, jetzt versuche ich auch deutlich zu machen, was meine Mission ist, wie sie wirklich aussieht. Nämlich anders, als ihr euch das vorstellt. Genau. Ich meine, dadurch wird ja diese Geschichte mit der Heilung jetzt von den Blinden so eine Art Gleichnis. Das heißt, offensichtlich ist es auch möglich, dass eine Erkenntnis, dass das Sehen wird, wird ja damit gleichgesetzt, ja, das macht, was er kennen kann, etwas Schrittweises. Nicht jeder hat immer gleich sofort alle Erkenntnisse oder das ganze Licht, weil zu viel Licht kann einen auch erblinden oder nicht mehr helfen, klar zu sehen oder den Weg zu erkennen. Und so wird diese Geschichte hier quasi auch genommen als ein Beispiel dafür, dass auch die Erkenntnis, wer ist Jesus, ist er wirklich der Messias, dass er schrittweise erfolgt. Oder beziehungsweise was das bedeutet, dass er der Messias ist. Ja, genau. Ich meine, ich finde das ja spannend, wenn sie heißt, von dem Blinden, dass er redet und sagt, er sieht die Menschen wie Bäume. Das heißt, er sieht bloß die Umrisse, bloß ganz vage. Also er kann überhaupt keine Details erkennen. Und so hat man ein bisschen den Eindruck, so geht es dem Petrus auch. Er erkennt sehr wohl, die grobe Struktur erkennt er, da ist der Messias. Aber was bedeutet das tatsächlich? Was ist denn die Feinstruktur, sage ich jetzt mal? Was sind denn die Details beim Messias? Das erinnert mich jetzt gerade an Paulus, der auch sagt, oder manchmal vergleicht mit Schatten, die wir sehen, oder mit unvollkommenen Begegnungen. Und dann werden wir sehen von Angesicht zu Angesicht. Wir sind also auf der Welt sowieso Leute, die nur die Menschen wie Bäume rummerken sehen. Das beschreibt uns ganz gut. Habe ich auch gerade daran gedacht, so in 1. Korinther 13, Vers 12. Wir sehen durch einen Spiegel, wie durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Und das war keine gute Spiegel. Nein, genau, richtig. Das waren nur solche Metallplatten so, wo man im Prinzip auch nur den Umriss gesehen hat. Und genauso ähnlich hier auch. Stellt euch mal vor, dieser geheilte Blinde, der hätte sich damit zufrieden gegeben. Hätte sich gefreut. Ja, ich sehe jetzt was. Und wäre weggelaufen und hätte die Frage Jesu gar nicht mehr gehört. Das habe ich mich auch gefragt. Diese zwei Stufen sind ja auch so eine Art Glaubenstest. Bleibt der jetzt dran? Oder ist er jetzt enttäuscht und nimmt Anstoß daran? Was soll das? Ich weiß es nicht. Ich will mein Geld zurück. Dankeschön. Ist das schon ein Fortschritt? Oder bleibt der jetzt eben dran? Ich weiß nicht, ob er Gelegenheit hatte, zwischendurch wegzulaufen. Aber auch das vielleicht, wenn ich mit Gott was erlebe, wie gehe ich dann damit um? Ist mir das dann schon genug? Oder möchte ich dann auch noch wirklich vielleicht mehr, bis sich das Ganze verwirklicht, was Gott vorhat? Dass ich nicht zwischendurch schon aufgebe. Habt ihr euch manchmal dabei, dass ihr so mit halber Heilung oder halber Erkenntnis zufrieden seid? Hat man schon auch mit der Zeit zu tun, die man vielleicht zur Verfügung hat. Aber es geht auch immer tiefer. Es kann schnell mal sein, dass man die Bibel vielleicht öffnet und die Überschrift liest und sagt, ah, die Geschichte kenne ich. Aber kennt man sie wirklich? Kennt man sie schon in der Tiefe? Oder gibt man sich mit den allgemeinen Antworten zufrieden? Nein, Gott möchte uns noch tieferer Erkenntnis schenken. Der andere Gedanke, den du ansprichst, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sicherlich die Leute, die den Blinden zu Jesus gebracht haben, aber wahrscheinlich auch der Blinde selber sehr wohl davon gehört hat, was Jesus alles schon getan hat. Ich meine, das hat sich herumgesprochen wie Lauffeuer. Ist das ja durchs Land gegangen, wenn Jesus schwerkranke, zum Beispiel Aussätze geheilt und so weiter. Das ist ja nicht geheim geblieben. Und alles, was er dann, wenn er solche Geschichten gekannt hat, dann war es immer so, Jesus hat bloß ein Wort gesprochen, Jesus hat jemand angerührt, Jesus hat aus der Ferne gesagt, wird gesund, es hat immer sofort funktioniert. Und jetzt stehe ich da und es klappt nicht. Also das versteht ihr, das ist eine Frage der Erwartungshaltung. Wenn ich weiß, hier ist jemand, der macht es bloß so und dann ist alles vorbei. Und das klappt es plötzlich nicht. Und er spricht auch nicht das Wort, hier werde wieder sehend wie sonst, sondern er nimmt auch noch den Speichel, wo ich jetzt persönlich keine wirklich Erklärung dazu gebe. Vielleicht habt ihr eine. Warum diese ungewöhnliche Handlungsweise? Also das ist alles ganz anders, als wir es sonst kennen. Ich glaube, das war schon eine gewisse Herausforderung für diesen blinden Menschen hier, das zu akzeptieren. Vielleicht ähnlich wie bei den anderen. Jesus handelt anders, als ich erwarte. Auch hier im Kleinen bei so einem Wunder. Sicher, ja. Erinnert ja auch so ein bisschen an die Heilung am Teich Bethesda. Beziehungsweise bei den Blindgeborenen, die Geschichte meine ich jetzt in Johannes 9. Wo Jesus ja auch mit seinem Speicher einen Brei macht und ihm auf die Augen legt. Und ihn dann zu diesem Teich Siloah schickt. Da haben wir das in gewisser Weise auch. Wo deutlich wird, der musste dann auch diesen Weg erst mal gehen. Auf mehrere Stufen des Prozesses. Richtig, ja. Jesus hat nicht einfach ihm jetzt die Heilung zugesprochen, was er hätte machen können oder ihm einfach die Hände aufgelegt, sondern er benutzt ja auch wieder einen Brei. Und der Blinde muss den Weg dann gehen. Also ich meine, das ist ja schon ziemlich provokativ. Also ich würde es mal überschreiben mit der anspuckende Jesus. Also stellt euch vor, dass dieser blinde Mensch, der ja hilflos ist, der kann nichts sehen. Und er wird dann geführt, bei der Hand genommen. Und dann auf einmal spuckt Jesus ihm ins Gesicht. Also was für eine Assoziation ruft es bei euch hervor? Ja, eigentlich eher Verachtung. Also normalerweise ist es eine demütigende Geste sogar vielleicht. Ich weiß nicht, ob er es vielleicht auf die Hand getan hat und dann auf die Augen. Ja, es steht nicht so. Oder denkst du wirklich so? Ja, es steht ihm in die Augen. Ja, es steht ihm in die Augen. Gut, dann müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen recherchieren, was das jetzt genau bedeutet hat. Also der Blinde hat es jetzt offensichtlich nicht als Beleidigung aufgefasst. Sonst hätte er sich ja auch wehren können. Er hat es mit sich machen lassen. Ja, ich denke, die Erwartungshaltung, das, glaube ich, spielt schon eine große Rolle. Wenn ich so eine extreme Einschränkung habe, und wir können es ja kaum vorstellen, was das, also ich nicht, was das für eine Einschränkung sein muss, wenn man nicht sieht, heute und damals sicherlich war es noch viel schlimmer, und dann diesen Strohhalm oder das zu sehen, hier könnte jetzt tatsächlich eine Lösung für dieses komplett unlösbare Problem sich auftun. Ich denke, da lässt man alles über sich ergehen. Wie es einem emotional damit geht, ist nochmal vielleicht ein Stück nochmal eine andere Frage. Aber ich denke, er hat einfach gehofft, dass es irgendwie hilft. Und gerade diese Anrührung, dass Jesus ihn zu einem bei der Hand nimmt und so weiter, und ihn dann auch anrührt, indem er ihm die Augen reibt und so weiter. Ich glaube, dass das schon Augenblicke waren, wo er gemerkt hat, der kümmert sich jetzt um mich und jetzt wird es was. Wie gesagt, und dann ist bloß die halbe Miete, das ist vielleicht dann schon einmal spannend, wie das dann auf ihn gewirkt hat. Aber die Behandlung in Anführungsstrichen, ich denke, dass das etwas war, wo sehr viel Hoffnung in dem Blinden dadurch entstanden ist. Und deshalb denke ich, dass er diese Spucken sicherlich nicht negativ empfunden hat an der Stelle. Genau, das nicht. Und spannend ist ja einfach auch, dass das ja dann später auch bei der Kreuzigung Jesu oder bei seiner Vorurteilung wieder vorkommt. Dass er eben auch angespuckt wird und spannenderweise danach wird ihm das Angesicht verhüllt und er wird gefragt, wer hat dich geschlagen. Also hier, er erspuckt selbst, er macht sehend, er wird angespuckt und wird blind gemacht sozusagen. Also wer das Markus-Evangelium liest, der kommt nur an diesen beiden Stellen auf das Spucken. Und er hat so diese direkte Verbindung hier zu dem, was Jesus erlitten hat. Und das ist letztendlich auch schon so ein kleiner Vorgriff auf diese Ankündigung seiner Leiden und seines Kreuzes Tod. Ja, was sich auch hier schon andeutet, ja, so indirekt durch diese Parallele. Natürlich, ja. Auch in Verbindung mit dem Hinausgehen dann und so. Ja, und dann ist es eben so, dass es ja heißt, Vers 27, Jesus ging fort mit seinen Jüngern und auf dem Wege. Das klingt so nach einem Nebenbei-Gespräch. Ja, sie sind so zwischendrin, kann man sagen, ja, zwischen irgendwelchen Wirkungsorten und Stationen und zwischendrin entspinnt sich dieses Gespräch. Und wahrscheinlich eines der wichtigsten Gespräche überhaupt. Ja, was passiert denn jetzt hier zwischen Jesus und Petrus? Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Könnt ihr das nochmal ein bisschen zusammenfassen? Er tastet sich so ran, Jesus, weil er erstmal fragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und es ist immer leichter sozusagen zu sagen, die anderen sagen das und das. Da muss man sich noch nicht selber bekennen. Und dann kommt eben diese Frage, was sagt ihr? Und wir hatten es ja schon vorher im Markus-Evangelium, dass sie sich so fragen, wer ist dieser, dem der Wind und die Wellen gehorchen? Sie haben sich das ja die ganze Zeit schon gefragt. Und jetzt will Jesus einfach, dass sie sich auch mal dazu bekennen und das auch aussprechen, was sie vielleicht eigentlich im Herzen schon erkannt haben. Vielleicht war Petrus auch nicht der Einzige, aber er hat auch den Mut, das wirklich zu sagen. Und bis dahin haben sie sich ja die ganze Zeit gefragt, wer er ist. Und jetzt kommt tatsächlich der Moment, dass sie es bekennen können. Interessant ist, dass Jesus dazu extra sehr weit weg geht. Also Caesarea Philippi ist sehr weit im Norden, auch jetzt weit entfernt von Bethsaida. Das heißt, er geht wirklich so an die nördlichste Grenze, könnte man fast sagen. Und dann kehrt er wieder um und seinen Weg führt ihn dann nach Süden, wo er seinen Jüngern ja auch ankündigt, das wird jetzt passieren. Aber die Frage, wer ist Jesus, ist ja auch eine Frage, die für uns heute aktuell ist. Eine Frage, die man jedem Menschen stellen könnte. Wer ist Jesus für dich? Und dann kommen die verschiedensten Antworten. Für manche ist er ein guter Mensch gewesen oder war ein Prophet oder vielleicht auch nur eine Fantasiefigur oder was auch immer. Aber wer ist Jesus wirklich für dich? Und mir ist jetzt noch aufgefallen, er sagt nicht, was denkt ihr, wer ich bin, sondern auch, was sagt ihr, dass ich sei? Also vielleicht auch, wenn die Leute euch fragen, wie bekennt ihr mich dann auch? Das würde dann auch passen zu diesem, wer sich meiner und meiner Worte schämt. Da geht es auch darum, bist du bereit, Jesus auch als den Christus zu bekennen? Nicht nur im Herzen selber still diese Überzeugung für dich zu haben, sondern auch, wer sagt ihr, dass ich sei? Das wäre jetzt wieder ein Widerspruch. Weil in gewisser Weise sagt ja Jesus dann Vers 30 ernstlich zu ihnen, sie sollen es niemandem sagen. An dieser Stelle noch. An dieser Stelle, ja. Also ich denke, wir müssen an der Stelle, glaube ich, schon ein bisschen differenzieren. Jesus hat ja, das sehen wir an verschiedenen Stellen, bewusst, wann welche Dinge dran sind. Und hat auch, auch wenn er zum Beispiel sagt, bei den Heilungen sagt es niemand, weil er weiß, sein weiterer Dienst würde gefährdet, würde vielleicht, oder zumindest belastet, wenn jetzt schon allzu viel bekannt wird. Vielleicht, weil hinterher sollten die Jünger ja sehr wohl bekennen, da sollten sie es dann schon sagen. Und bei Matthäus lobt er ihn ja auch dafür. Es gibt ja den Paralleltext in Matthäus, wo er das hervorhebt, dass der Petrus hier sich so als Säule erweist oder als Fels. Ja, oder sogar vom Vater die Offenbarung bekommt. Ich meine, Jesus wusste ja, dass ihr Bild vom Messias noch völlig falsch ist. Genau. Und deswegen sollen sie es nicht weiter sagen. Ja, wenn du das völlig falsch verstehst und du sagst es weiter mit Begeisterung, dann richtest du mehr Schaden an. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das glaube ich auch. Und die Herausforderung war ja, als dem Petrus dann dieses falsche Bild genommen wurde, war er dann so verunsichert, dass direkt nachdem Jesus eben angespuckt wurde, Markus 14, Vers 65, heißt es dann Vers 66, und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden. Und wir wissen, was dann kommt. Dann hat er eben gerade nicht bekannt, hat es eben nicht gesagt. Ja, das ist der Christus. Ich stehe dazu. Weit weg, da ging das so in der Einsamkeit. Aber jetzt, wo es drauf ankommt, jetzt, wo sein Bild verunsichert wurde, da ist es ihm auf einmal schwergefallen. Das ist schon krass an der Stelle. Also ich sage mal, auch hier so diese, fast so ein bisschen die gleiche Abfolge hier, wie in der Geschichte mit der Heilung des Blinden und dann mit dem Erkenntnis. Ja, und wir sehen es ja dann auch im Nachklang dann direkt. Ja, also da, da wird er gerade noch so gefeiert. Luise, du sagst schon in Matthäus-Evangelium, Jesus lobt Petrus, dass er das so klar bekannt hat. Und dann, er fasst sich Jesus so ein Herz und versucht dann dieses Messias-Bild zu korrigieren, richtig zu stellen, was das denn bedeutet. Und Petrus weiß es besser. Petrus weiß es besser. Und er versucht nachzuhelfen, ja, und einfach seinem Herrn sozusagen so eine Nachhilfestunde zu geben, was besser passieren sollte und was nicht. Wie kann das sein, ja, dass so viel Licht und Schatten so eng aufeinander, ja, gerade noch hat er das Bekenntnis rausgelassen, ja, hier könnte man sagen, im Mittelpunkt vom Markus-Evangelium. Und kurz später, ja, muss er sogar die Worte hören, ja, weg von mir, Satan. Ja, also das ist ja so richtig hart, wie Jesus ihm hier begegnet. Also ich habe ja immer ein bisschen Mitleid mit dem Petrus, weil ich das schon verstehen kann, dass jemand, den man liebt, den möchte man nicht, dass der so ein Leiden hat. Und wenn man das dann ausdrückt, dann ist es ja eigentlich eine Bekundung der Freundschaft und Liebe, dass man das so sagt. Und dann ist es eine ungewöhnlich strenge Zurechtweisung. Wir verstehen aus unserem Kontext, warum Jesus das so wichtig ist, aber es muss erst mal überraschend gewesen sein, dass er so drastisch auf etwas reagiert, was ja eigentlich so gut gemeint ist. Ja, und ich sehe hier ganz klar, dass Jesus betont, es gibt keinen anderen Weg. Er muss diesen Weg gehen, diesen Weg ans Kreuz und diesen Weg des Todes. Weil manche hatten schon mal diese Idee reingebracht, ja, Jesus hätte nicht sterben müssen oder sowas. Aber hier macht Jesus deutlich, dass dieser Gedanke, wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, dass das alles menschlich gedacht ist, dass das alles humanistisch gedacht ist. Aber göttlich ist der Weg, den Jesus gegangen ist, dass es sein Leben lässt. Und das ist ja nicht nur der göttliche Blick, sondern weil das ist das, was alles mit einbezieht. Weil die Punkte, die du ansprichst, Humanismus und so weiter, das ist halt das Problem, dass da immer bloß Teilwissen, Stückwerk, wie der Paulus das nennt. Wenn wir die ganzen Zusammenhänge erkennen würden, dann wüssten wir, warum Gott diesen einen Weg wählt. Warum nur das der einzig mögliche Weg ist und nicht irgendein anderer. Ich meine, man könnte sagen, Jesus ist hier Stimmungskiller, ja. Jetzt ist gerade dieses Bekenntnis raus, ja, und alle könnten sich jetzt wirklich freuen, ja. Und dann sagt er, ja, wisst ihr was, das bedeutet erstmal leiden, ja, sterben, ja. Und Petrus versucht so ein bisschen die Stimmung zu retten, ja, und sagt, nee, nee, das muss so einen anderen Weg geben. Und jetzt ist halt so die Sache, Luise, wie du das auch sagst, so weiter. Also wir können ja ganz viel Mitleid mit Petrus haben, ich auch. Ich finde ihn unheimlich sympathisch, den Petrus, ja. Aber gut gemeint heißt eben nicht auch gleich gut gemacht, so halt, ja. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung an der Stelle, ja. Also Petrus meint es gut, mit Sicherheit, aber er lässt sich hier von Satan vor den Karren spannen, ohne es zu merken. Das schreibt Ellen White ganz klar im Leben Jesu. Ja, das heißt, Satan versucht Jesus jetzt hier nicht direkt, wie er es in der Wüste getan hat, sondern eben durch sein Freund, der es eigentlich gut meint und es nicht merkt. Ja, und natürlich, Jesus adressiert da eigentlich wirklich den Teufel, der hinter dem Petrus steht. Ja, er meint gar nicht den Petrus direkt als Person. Aber ich habe mir trotzdem auch so die Frage gestellt, wo können auch wir in dieser Gefahr stehen, dass wir Dinge einfach gut meinen? Und völlig auf dem falschen Dampfer sind. Ich beschäftige mich manchmal mit dieser Frage, wie das geht, dass Menschen wirklich ihre Meinung mal völlig ändern. Denn es gibt ja dieses Phänomen des Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler, dass eine Information, die in mein vorgefertigtes Weltbild nicht passt, die werte ich ganz gering und ganz wenig überzeugend. Und etwas, was in mein Bild passt, das nehme ich viel stärker wahr und gewichte das ganz stark. Und hier auch, es passt überhaupt nicht in ihr Bild, dieses Leiden, der leidende Messias. Und wir fragen uns, wenn wir das lesen, wie konnten sie das überhören? Das hat Jesus doch so oft, hat er das angekündigt, ständig Anspielungen gemacht. Es gibt Jesaja 53 und trotzdem geht das an ihnen vorbei. Und da passiert genau sowas. Und das kann mir ja genauso gehen, dass ich auch gewisse Ansichten habe. Und ich finde immer nur Bestätigungen und frage mich, warum nicht die ganze Welt das so sieht, weil das doch so klar ist. Und wenn alle diese Argumente sehen würden, dann müssten sie das doch auch verstehen. Aber es ist eben, weil wir da so verzerrte Wahrnehmungen auch haben. Und hier finde ich dieses Beispiel von den Jüngern, warum überhören sie das die ganze Zeit? Weil sie das eben nicht sehen wollen. Und später erst wird ihnen das wie ein Kronleuchter aufgehen. Sie überhören ja vor allem auch dieses Detail, dass Jesus klar sagt, dass er am dritten Tag wieder aufersteht. Sie hören nur das Leiden. Sie hören nur, dass es nicht passt mit ihrem Bild. Aber dass er wieder aufersteht, das hören sie die ganze Zeit nicht. Es war alles schon da, sie hat auch alles gesagt. Richtig, und am Ende sitzen sie ja eh in ihrer Kammer und fragen sich, wie geht es weiter. Aber er hat gesagt, er würde das auferstehen. Und das haben sie nicht geglaubt. Wir lesen ja auch in Kapitel 9, dann Vers 32, als dann die zweite Leidensankündigung kommt. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Also das ist eigentlich so klar, sagen wir Luise. Jesus hat es doch ganz direkt gesagt. Sie verstehen es nicht und sie haben Angst zu fragen. Ja, sie fragen nicht nach. Auch als die Jünger vom Verklärungsberg runterkommen, ja, da haben sie unter sich eben diese Frage, ja, was heißt es, auferstehen von den Toten. Aber Jesus stellen sie diese Frage nicht. Ja, sie stellen ihm eine andere Frage. Ja, aber nicht diese, eigentlich tiefere Frage, die lassen sie aus an der Stelle. Weil sie vielleicht unterschwellig doch nicht ganz wissen wollen, weil sie nicht korrigiert werden wollen. Oh ja, genau. Ich weiß nicht. Ich kann mir auch vorstellen, und das ist doch etwas, das wir auch, jeder von uns kennt, wenn ich Dingen gegenüberstehe, die zu schrecklich sind, dass ich darüber nachdenken möchte, dass die einfach einen bestimmten, sagen wir mal, vielleicht eine bestimmte Schmerzschwelle überschreiten, dann will man sich nicht damit auseinandersetzen. Das liegt uns Menschen, glaube ich, zutiefst in unserem Wesen auch mit drin, dass wir ein Stück weit davon weglaufen. Und das, denke ich, ist das, was hier passiert. Das ist etwas, das können sie sich nicht vorstellen. Jetzt haben sie den Messias gefunden und sind voller Freude. Und jetzt soll das alles so schrecklich zu Ende gehen? Das kann nicht sein. Also das ist etwas, man kann nicht hinschauen. Es drückt einem geradezu den Blick weg, weil man es nicht ertragen kann, was man sehen müsste. Also der Wahrheit ins Gesicht zu sehen ist sehr interessant. So eine harten Wahrheit. So eine harten Wahrheit. Genau. Also von dem her, ich glaube, wir können ja auch ganz gut mitfühlen mit den Jüngern. Und trotzdem müssen wir uns auch immer wieder hinterfragen. Manchmal ist es auch notwendig, denn wenn ich eben dieser Wahrheit aus dem Weg gehe, dann werde ich später irgendwann richtig auf die Nase fallen. Und das sieht man bei Petrus und auch den anderen Jüngern. Und das ist so ein bisschen halt die Krux an der Geschichte. Interessant finde ich auch, Jesus wusste ja von Anfang an, dass sie ein falsches Bild von ihm haben. Aber er wartet natürlich bis zu dem Zeitpunkt, wo er denkt, jetzt ist es angebracht und trotzdem kommt diese Reaktion. Ja, also auch bei uns kann es durchaus notwendig sein, wenn wir merken, da hat jemand was falsch verstanden oder hat ein falsches Bild oder was auch immer. Irgendwann muss man es ansprechen. Das kannst du nicht einfach so weiter laufen lassen. Auch wenn dann vielleicht eine Reaktion kommt, wie bei den Jüngern hier, Unverständnis oder was auch immer. Es ist notwendig. Ja, also wie macht Jesus das? Confirmation Bias verändern. Er wählt eigentlich einen ganz krassen Weg. Wenige Tage später nimmt er seine drei engsten Freunde und geht auf den Berg. Und was passiert da? Warum ist das auch so ein ganz entscheidender Punkt? Warum hat Jesus das gemacht? Das hätte er nicht machen müssen, auf diesen sogenannten Verklärungsberg zu gehen. Und das bestätigt ja vielleicht sogar ihr falsches Bild auch ein bisschen, weil Jesus dort wieder als der göttliche Königliche gezeigt wird und nicht so sehr als der Leidende. Also kontraproduktiv. Also ich meine, er redet dort, wir wissen aus Lukas, glaube ich, dass er dort über seinen Ausgang redet, den er in Jerusalem haben wird. Also auch über seinen Leidensweg. Aber ich weiß nicht, wie weit die Jünger das mitgekriegt haben oder ob sie einfach nur sagen, herrlich, wir wollen genau hier wollen wir sein mit Jesus in verklärter Herrlichkeit. Das ist ja eigentlich nur dieses Bild wieder und nicht das Leidende. Interessant, auch nur eine Hütte für Jesus und Elia und für Mose und nicht für sich selber. Wie ein Begnügen, mit Türsteher zu sein. So an der Schwelle zu liegen oder so, wäre auch schön. Interessant ist ja, es wird angekündigt, dass das ein Stück Reich Gottes ist. Jesus sagt das ja. Vers 1. Ganz gleich im Vers 1 und dadurch merkt man dann durch den Zusammenhang, es geht hier nicht darum, dass sich Jesus irgendwie, mein ja auch mancher, geirrt hätte, weil er eben sagt, hier stehen einige, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben, kommen sehen. Was anschließend passiert, ist ja so ein Mini, sag ich mal, Blick in dieses Reich Gottes. Der Elia kommt, der steht in gewisser Weise für eine Gruppe von Menschen, die bis zum Ende übrig bleiben und den Tod nicht schmecken. Das war bei Elia der Fall, er ist mit dem vorigen Wagen in den Himmel genommen worden. Und Mose steht für diese andere Gruppe von Menschen, die werden sterben, aber auch verstehen, wenn Jesus wiederkommt. Die begegnen Jesus hier und haben ein Gespräch mit ihm. Und ermutigen ihn, auch diesen Weg mutig zu gehen. Und dann, als diese Wolke kommt, kommt ganz klar auch diese Aufforderung an die Jünger hier, dieses mein geliebter Sohn auf ihn sollte hören. Also nochmal eine göttliche Bestätigung, das ist schon gewaltig. Es gibt ihnen dann auch Kraft in der Zeit des Leidens, die vor ihnen ist, dass sie sich vielleicht an diese Momente erinnern können. Und dann wissen, das war Gott, hat ihn aber bestätigt, auch wenn er jetzt am Kreuz gestorben ist. Wir können uns nicht geirrt haben, denn wir haben dieses göttliche Erlebnis gehabt. Genau, liest man dann auch im Petrus- und Johannesbrief. Also in Vers 1, sie werden das sehen, das Reich Gottes. Und dann eben in Vers 9, dass sie gesehen hatten. Also da kommt es in der Vergangenheit. Also sie haben das gesehen. Sie wären am liebsten oben geblieben. Ja, und das Spannende aber ist, dass Jesus wieder zurück ins Tal geht. Und letztendlich ist hier in Geschichte abgebildet, was Paulus in Theologie später in Philippa 2 schreibt. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für ein Raubgott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Ja, es wäre so schön, so einfach gewesen, oben zu bleiben. Aber nein, der Weg Jesu geht hinunter, von ganz oben nach ganz unten. In eine völlig andere Szene. In eine Szene, wo es Unglaube, Zweifel, wo dämonische Mächte vorherrschen sind. Wo ein Kind, also das ist ja furchtbar schlimm, ein Kind gequält wird durch einen Dämonen. Während oben eigentlich hier das ewige Leben dargestellt wird, eben durch Mose und Elia. Ja, hier ist das Kind, was von dem satanischen Macht besessen wird. Eine ganz schlimme Szene. Aber Jesus ist eben nicht, einfach hat sich damit zufrieden gegeben, oben zu bleiben und die himmlischen Herrlichkeiten zu genießen. Sondern er geht runter, um zu dienen, um sich selber zu opfern. Und da eben, und da möchte ich am Schluss einfach noch drauf schauen, auch wenn wir vielleicht die ganze Geschichte nicht mehr so ins Detail anschauen können. Aber das ist eben auch so ein ganz besonderer Moment, wo er im Gespräch ist dann mit diesem Vater, der schon so frustriert, so resigniert ist. Und dann sagt er, tu was, wenn du kannst. Jesus sagt, falsche Frage. Nicht, wenn du kannst, sondern die Frage ist, ob du glaubst. Und dann sagt er eben so ganz ehrlich, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie viel Glaube ist denn genug Glaube? Kann man das so sagen? Oder was würdet ihr da aus dieser Begegnung ableiten? Die Spannung in der Geschichte ist ja, dass die Jünger, die unten geblieben sind, schon gefragt wurden, ob sie hier nicht ein Wunder vollbringen können. Aber man würde sich wundern, warum versagen die? Weil Jesus hatte ihnen ja schon die Vollmacht gegeben und er hatte sie schon ausgesandt und da hatten sie das vollbracht. Plötzlich geht es nicht. Gut, es wird uns das Detail gegeben, dass sie hier mit den Schriftgelehrten streiten. Ich meine, wenn man anfängt zu streiten, dann hat man auch nicht mehr die Ruhe und die Verbindung mit Jesus Christus offensichtlich, also mit Gott in diesem Fall. Aber doch ist es auch eine Sache des Glaubens. Wie groß ist wirklich der Glaube von dem Vater, der hier seinen Zweifel zum Ausdruck bringt und dadurch es offensichtlich auch nicht passiert ist. Ich meine, es ist schon schwierig. Was ist Glaube? Ist es jetzt so dieses Gefühl, dass da was passieren wird, dass ich jetzt einfach mich ganz erfüllt fühle, aber ich kann mich vielleicht auch erfüllt fühlen und es gar nicht sein? Es ist so eine intellektuelle Überzeugung, aber meine Gefühle sind vielleicht ganz woanders. Und da kann ich diesen Vater gut verstehen, dass er sagt, ich will glauben, aber vielleicht ist mein Glaube noch nicht genug. Dann wann ist dann für Gott mein Glaube genug? Wie kann ich das denn bemessen? Ist das ein Gefühl, dass ich genug Gefühl habe oder was? Also ich verstehe das auch nicht. Und dann zu sagen, lieber Gott, ich will glauben, bitte schenk du mir genug Glauben für das, was du hier tun willst. Sonst wird Glaube ja auch so eine Art Leistung, die ich irgendwie aus mir selber heraus versuche zu sammeln und nicht mal genau weiß, was das eigentlich dann ist. Und zu dem Zeitpunkt muss er ja noch glauben. Er sieht ja noch nicht. Ja, genau. Also das ist, und wenn er, ist er jetzt gefragt, kann ich das wirklich glauben, dass du das kannst? Das, was schon so viele probiert haben, was auch deine Jünger schon probiert haben, nicht einer allein. Alle zusammen haben es probiert und konnten es nicht. Reicht mein Glaube aus, dass du das jetzt kannst? Ein Synonym für Glauben ist ja auch das Vertrauen, dass Jesus das wirklich kann. Und oft passiert es, dass man vielleicht dann anfängt, bei sich selber die Ursache zu suchen. Man betet ja und betet und glaubt auch und traut es auch Gott zu, dass es tun kann. Aber dann fängt man vielleicht an und sagt immer, vielleicht habe ich das noch falsch und jenes noch falsch. Und diese Zweifel, die können einen tatsächlich dann so stark verunsichern. Gott kann es. Und er nimmt uns an, so wie wir sind. Und auch die Vergebung spricht er uns zu. Und daran dürfen wir glauben, dass er uns vergibt und dass wir vor ihm stehen dürfen, als hätten wir nie gesündigt. Ja, ihr lieben Zuschauer und liebe Zuhörer, wir haben jetzt hier festgestellt, Jesus, der sich offenbart und gleichzeitig so viele Menschen um ihn herum, die Stückwerk sehen, die unklar sehen, nur die Umrisse. Egal, ob es um ihn geht, ob es um seine Möglichkeiten geht. Wie geht es dir, wenn du dich mit Jesus beschäftigst? Wie scharf ist deine Sicht von Jesus? Kann es manchmal sein, dass du dich der Illusion hingibst, schon schärfer oder mehr zu sehen, als es tatsächlich der Fall ist? Brauchst du vielleicht eine zweite Behörung, Jesu, um tiefer, um klarer, deutlicher sehen zu können? Ich möchte dich einfach einladen, dass du darüber mit Gott redest und nachdenkst. Und wenn du auch Erfahrungen machst, wenn du auch begeistert bist von diesem Jesus, dann schreib das auch gerne in die Kommentare rein. Wir freuen uns, von dir zu hören. Thomas, darf ich dich einladen, dass du noch mit uns redest? Gerne. Unser mächtiger Gott, zu dir kommen wir, weil wir darauf vertrauen, dass du uns die Augen ganz öffnen kannst, sodass wir dich immer klarer erkennen, sodass wir auch immer klarer erkennen, wer du bist und was du mit uns vorhast. Ich bitte dich für uns und auch für die, die zuschauen und zuhören, dass du uns allen ganz nahe kommst und uns diese Erkenntnis schenkst. Hab Dank dafür. Amen. Noch mehr Begegnungen mit verspulten Menschen. Die Pharis verstehen die Bedeutung der Ehe nicht. Die Jünger sehen den Wert der Kinder nicht. Der junge reiche Überflieger erkennt nicht den personifizierten Schatz, der vor ihm steht. Jakobus und Johannes haben keine Vorstellung von der himmlischen Definition wahrer Größe. Es ist zum Haarausraufen für Jesus. Nur ein Blinder hat den vollen Durchblick. Er lässt seinen Mantel, seine einzige Sicherheit gerne zurück und setzt alles auf die eine Karte Jesus. Und wo liegen wir daneben? Wenn du mutig bist, dich damit auseinanderzusetzen, dann sei nächste Woche dabei. Und wenn du mutig bist, dich damit auseinanderzusetzen, dann sei nächste Woche dabei.